Hallo, ich bin Benni Brown und darf jetzt zum fünften Mal bereits dabei sein bei der Brass Weeks Hammer Done als Dozent für Trompete und Ensemblespiel. Wir kümmern uns viel um Improvisation, um freies Spielen an sich und um Technik und um alles was gewünscht ist, was Trompete betreffend oder überhaupt Musik betreffend ist. Ich freue mich wahnsinnig wieder dabei zu sein. Das ist ein wunderbarer Workshop. Musiker aus aller Welt sind da und aus allen Stilistiken und es ist einfach ein wunderschönes Erlebnis. Seid dabei im Juli. Brassig sind wir dann. Bis dann, ich freue mich.